Hier ist wieder der Shell-Fragensteller und ich habe heute mal ein paar Fragen zum Thema Kaffee-Gratis-Woche auf der Shell-Station in Wiesbaden. Hallo, ich habe gehört, hier gibt es heute Kaffee-Creme-Gratis. Ja. Warum muss der weg? Nein, das ist eine Gratis-Aktion von Shell. Jeder Kaffee, den Sie wollen, gibt es gratis. Das probiere ich jetzt mal selber bitte. Ja, sehr gerne. Wow, das ist ja eine beeindruckende Maschine. Was macht die denn sonst noch so? Die liest jedem Kunden den Wunsch von den Lippen ab. Und warum ist der Kaffee dann gratis? Zum Testen für Sie. Ihr wollt uns süchtig machen. Und Sie davon überzeugen, dass wir den besten Kaffee haben. Wo trinken Sie den ersten Kaffee des Tages? Hier. Nicht zu Hause? Nein, hier schmeckt er mir am besten.